Checker-Lange-Buh, Leute, ich hab mal kurz eine Frage. Na, hier kommt der Kommentar. Naja, geil, dann darf man doch mal. Bist eben auch so hübsch. Also erst mal, ich find's als Kompliment, wenn man sagt, ey, du bist hübsch, deswegen guck ich dich an. Und ich find's teilweise in unserer Gesellschaft so, dass man jemanden nicht mal mehr angucken kann, ohne dass schon der Kampf losgeht, der Krieg losgeht. Auf der anderen Seite find ich es zum Beispiel persönlich auch super unangenehm, wenn mich ein Typ so lange anguckt und dabei halb sabbernd, nee, irgendwie find ich das komisch, wenn mich jemand übelst lange angeiert. Ich weiß nicht, ich kann's nicht richtig beschreiben, aber irgendwo ist halt ein Punkt, wo es so unangenehm wird. Ich weiß nicht, wie seht ihr das, Mädels?